Moin, hallo und willkommen zurück zu Invisible Ink. Ich versuche mich hier noch ein bisschen durchzupuscheln, ein paar Upgrades für Incognito zu finden. Jupp, jetzt wird es interessanter. So, ich gucke nicht, du musst jetzt erstmal den Strom wieder ausschalten. Rebooting, ah, die Kamera wird wieder rebooted, okay. So, du könntest den Tresor hier noch, die wird auch, ah ne, die wird jetzt aktiviert, die Kamera, okay. Das könnte ich noch hacken. Die könnte ich hacken, damit die gar nicht erst angeht. Wüsste ich eigentlich hacken. So, damit ich mich gar nicht erst angehen kann. So, jetzt muss ich mir zusehen, jetzt muss ich mir ein bisschen safter zu holen. Okay. Der Raum ist sonst leer. Wüsste ich mir dahin, dass ich hier gleich abbauen kann. Ich hoffe mal, das ist richtig. Aber sicher bin ich mir nicht. So, jetzt muss ich mal gucken. Und du musst jetzt, gute Frage, dahin gehen. Die Energie klauen. Und den Kognitaren, du musstest das Ding wieder einschalten. Jetzt ist die Frage, ob ich hier auf dem richtigen Weg bin oder auf dem Holzweg. Das muss natürlich genau er machen, der jetzt hier, total, das ist ein Problem. Ich muss eigentlich zurück. Oder kann ihr das... Ne, hacken hat sie ja eigentlich. Ich muss mit ihr da rüber. So gut es ist, dass es keine Tüte kostet. So weit komme ich nicht. Scheibenkleister, kann ich dich denn noch da hinstellen lassen? Ja. Ich weiß ja nicht, ob er auch hacken kann. Aber ich glaube, er kann nicht so gut hacken. Da kann sie besser hacken. Ich würde sagen, stellt sich mal da hin. Ist hoffentlich nicht sofort erkannt, wenn was ist. Und sie muss zusehen, dass sie da hochkommt. Und zwar pronto. Tür wieder zu. Er kommt da hoffentlich nicht... Nein, wir machen das natürlich immer noch zu. Du könntest natürlich hacken gehen, ne? Aber du bist im Hacken nicht so gut eigentlich. Ich würde da ungern hängen gehen, muss ich zugehen mit ihm. Was ist die kann ich noch hacken? Ach krass, okay. Das zeigt ja also alles an, was hier so geht. Interessant. Da ist ein Terminal, was ich gar nicht gesehen habe zum Beispiel. Da kann ich mir gleich mal Energie holen, was wichtig wäre. Gar nicht mal so blöde. Du bleibst da stehen. Ja, falls da nämlich einer durch die Tür kommt, da habe ich mich keine Lust drauf. Jetzt ist das ein bisschen kriminell. So. International. Du musst jetzt hier... ...weg. Und du, mein Freund, kannst jetzt hoffentlich bis dahinten hingehen. Genau, und dann holst du da gleich noch die Energie. Dann hackt man die ganze Geschichte. Dann hackt man die ganze Geschichte. Demons. Demons haben zwei Duration weniger. Ich habe nur 550. Das heißt, meine Auswahl ist begrenzt. Dann muss ich den Lighting. Äh... Reveal Demon. Äh... Breaks one Firewall and all detected devices. Hammer. Parasit. Okay. Ich weiß zwar noch nicht genau, was man hier gebrauchen kann. Parasit wäre hier. Ist natürlich nicht schlecht, ne? Alle Detektivises im Teil von 5 Radien. Ist die Frage von der Person wahrscheinlich, ne? Demons-Zinnfer wäre aber auch nützlich. Kann ich den verkaufen? Ich weiß es gar nicht. Ja, aber kostet zwei Power. Eine Wi-Fi... Äh, eine... Ja, den gibt es zwei Power. Die drei Power. Also ein Power mehr. Ich muss das Sinn machen, den zu verkaufen. Dann bin ich das blöde. Moment, kann ich noch weiter scrollen? Nein, sieht mir so aus. Okay. Tja, ich nehme mal den hier. Den würde ich dann, glaube ich, verkaufen, ne? Dann hätte ich wieder 350, aber das kann ich mir nix von holen. Ne, lass ich erst mal. Neue Daimons kamen online, als die Konnexion droppte. Ich wusste, dass wir das verdammte Katt nicht glauben können. Du kannst nie das kinder Triebungen in meinem Shop. Ich habe Standards, die zu halten. Mhm, Monster. Gebt mir die Energie. Und jetzt wird es ein bisschen gewagt. Das Blöde, sie steht mitten in der Dingenslinie. Das ist nicht so pralle. Dämonen. 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 Das ist die Frage. Ich bin hier, also müsste ich den hier hacken, glaube ich, dann, oder? Ne, ist mir zu riskant. Ich warte erst ab, was es ist. Beziehungsweise, was ich es ja machen kann. Wobei, das kostet mich nix, ne? Ein Blowfish? Advanced Tracker, okay. Die Frage ist, was bringt mir das, das hacken dann? Ich weiß es nicht. Wir warten das mal ab. Ich finde cool, dass sich Musik ändert. Ja, ist schon cool gemacht eigentlich. Okay, schauen wir mal. Du bist ganz so kriminell. Ich hoffe nur, ich bin auf dem richtigen Weg hier. Wenn ich hier nicht rauskomme, habe ich ein Problem. Okay, du kannst etwas weiter laufen, also checkst du da die Lage. Hier ist der Techniker's Lab. Ich wundere mich, welcher Software er da kriminell hat. Hm. Gute Frage. Glowfish ist ein Tracker. Die Frage ist, was bringt der mir? Guck mal, wir machen mal ein bisschen Platz. Gas. Hecken. Du trüßt, glaube ich, erst im nächsten Moment. Wo der Tür steht, ist immer ganz schlecht. Sie kann leider nicht so weit laufen, aber sie kann halt hacken. So, jetzt gebe ich dir erst mal was, weil ich kann nicht so schnell laufen. Äh, das gebe ich dir mal. Dann bist du etwas langsamer und ich kann dafür ein bisschen weiter. Puh, da habe ich jetzt natürlich nicht aufgepasst, wer dich freigucken soll. Okay, du kannst jetzt aber auch nichts mehr machen hier, ne? Dann müssen wir erst warten. Ich muss zusehen, dass wir hier wegkommen. Security Level wird langsam echt hartball an. So. Jetzt kannst du wegmachen. Das ist ein Blowfish. Ob das gut ist, ist er nicht weiß. Oh, der Algorithmus, okay. 11 AP, das ist natürlich, uh. Kann er da? Nein, gut, kann er da. Da nix, sie weg hier. Tür können wir offen lassen, glaube ich, weil es ist immer interessant. Ich könnte mich natürlich hier entstellen, aber ne, ich bleibe es mal. Oder? Ja, wobei, ich will eigentlich gucken, dass ich das meiste da rausholen, ne? Oh, das war jetzt ganz schlecht. Er kann mich noch nicht sehen. Ich müsste in den Raum noch rein und müsste dann, glaube ich, hier abhauen. Da muss ich gucken, dass es nicht mehr so lange, ne? Ich weiß nicht genau, wo er hinläuft. Weil ich ihn nicht sehen kann, kann ich das auch nicht bestimmen. Ich kann ihn ausschalten. Das solltest du auch machen, glaube ich. Ich kann ihn ausschalten. Das solltest du auch machen, glaube ich. Ich hoffe, ich muss es los. So, du bleibst da jetzt jetzt mal liegen. Okay, erstmal muss die Kamera hier weg. Das ist ja nicht unbedingt das, was wir wollen. Das Ding ist weg. Die Kamera ist reboot, äh, rebooting, das ist nicht so gut. Habt ihr es gerade richtig gesehen? Rebooting in sechs, sechs Runden. Ich frage mich, warum hier noch eine Kamera angegangen ist. Die ist völlig ununflussend, weil da bin ich schon durch. Ja, ich muss hier unten langen. Im Paradox. Probe ich das trotzdem. Das Problem ist, der Alarm geht dann los, glaube ich. Mach die Tür auf. Das Problem ist, hier ist alles rot. Das gefällt mir nicht. Ich glaube, hier ist noch eine Kamera. Aber die hätte ich doch nochmal sehen müssen, wenn ich jetzt blöde. Gucken wir mal. Tür auf. Da ist ein Guard, okay. Er geht genau in die Richtung. Kann ich dich ausschalten? Nein, kann ich nicht. Ich könnte mich da hinstellen und ein Ambush machen, sobald er da langlaufen will. Das ist das Einzige, was ich machen kann. Sobald du da jetzt langkommst, dann kann ich dich umhauen. Boah, ja, ist echt krass, dass er das nicht gesehen hat. Ganz schlecht. Der ist genau da, wo ich nicht haben will. Tja, aber wie es weitergeht, würde ich sagen, sehen wir in den nächsten Episode. Also mach's gut, bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Tschau.